Freunde, ich hab da was für euch. Wie ihr es wahrscheinlich alle wisst, laufe ich jetzt schon seit einigen Tagen mit dem Samsung Galaxy S6 herum und da ist mir natürlich einiges aufgefallen. Es gibt ein paar Sachen, die ich sehr sehr gerne mag und es gibt ein paar Sachen, die ich nicht so gerne mag und dazu möchte ich gerne zwei Videos machen. In diesem Video bekommt ihr die Punkte, die mir sehr sehr gut gefallen und das nächste Video, das werde ich zur gleichen Zeit veröffentlichen und auch hier verlinken, das sind dann die Sachen, die mir nicht ganz so gut gefallen. Wir starten aber mit dem positiven Zeug, ich wünsche euch viel Spaß. Bevor wir hier jetzt aber loslegen, geht noch ein riesiges Dankeschön an die Jungs und Mädels von Sparhandy, denn die haben mir das Galaxy S6 für die Test zur Verfügung gestellt. Vielen Dank, ihr findet unten natürlich einen Link, falls ihr das dort kaufen möchtet. Die wirklich wichtigste Sache für mich oder das Ding, das mich quasi am besten überzeugt, das ist das Display. Ich finde die Größe unglaublich gut, man kommt überall auch mit einer Hand hin, zumindest in meinem Fall ist das so. Es ist super scharf. Ganz egal wie nah man rangeht, alles sieht wirklich gut aus. Texte sind gestochen scharf, da gibt es absolut gar nichts zu meckern oder an Pixeln zu suchen. Der Weißwert ist nicht ganz so toll, aber der Schwarzwert natürlich wundervoll. Amoled-typisch sind die Farben alle sehr sehr ausgeprägt. Ich mag das Ganze, ist so ein bisschen übersteuert, sage ich jetzt mal, ist nicht ganz realistisch, aber alles wird wirklich sehr sehr schön dargestellt und falls es einem nicht passt, dann kann man sich das noch so ein bisschen einstellen, wie man es selbst gerne hätte. Dazu kommt, dass es wirklich sehr sehr schöne Blickwinkel hat und das allerbeste ist die unglaubliche Helligkeit. Ich war vorgestern mal draußen ein bisschen an der Isar, weil ich gucken wollte, wie sich das Ding im Hellen macht, bei direkter Sonneneinstrahlung. Das Wetter war unglaublich gut, die Sonne hat geprahlt wie sonst was und man konnte wirklich alles problemlos erkennen. Sogar ohne automatische Helligkeitseinstellung, ich glaube die meisten von euch wissen das, wenn ihr das Smartphone auf automatische Helligkeitsregulierung stellt, dann wird das noch so ein bisschen mehr hochgepowert, als wenn ihr es einfach nur auf ganz hell stellt und unglaublich wie gut man das Ding ablesen konnte. Das Display ist auf jeden Fall eine Sache, die mir unglaublich gut gefällt. Der zweite Punkt, ja, das ist das Zusammenspiel aus Haptik, aus Verarbeitung und aus Design. Ich denke, ihr habt es in den letzten Videos gemerkt, ich stehe unglaublich auf das Design, auf die Verarbeitung und auf das komplette Paket einfach. Man setzt jetzt zum ersten Mal auf eine Mischung aus Glas, vorne und hinten sind Gorillaglas, und einem Metallrahmen und das fühlt sich einfach unglaublich gut an. Dazu kommt dann noch, dass das Ding einfach richtig, richtig gut aussieht. Und wenn einem das Design nicht gefällt, dann mag man spätestens die Farben oder die Reflexionen. Ihr wisst, es gibt vier verschiedene Farben beim Galaxy S6. Ein hellblau, es gibt Gold, es gibt weiß und dann gibt es hier dieses Sapphire Black, das ist eine Mischung aus Schwarz und Blau, je nachdem wie das Licht einfällt. Ich weiß nicht, das Ding, das macht mich irgendwie jeden Tag aufs Neue an. Das Design, die Verarbeitung, das Handling, alles ist wirklich sehr, sehr stark. Ich bin vollkommen davon überzeugt. Und das ist auf jeden Fall die zweite Sache, die mir am Galaxy S6 unglaublich gut gefällt. Kommen wir zum dritten Punkt und das ist die Kamera. Ich habe euch bereits ein 5 Minuten langes 4K-Video hochgeladen. Ich habe euch einen Foto-Vergleich hochgeladen und einige Testbilder. Und ganz egal, was man mal sagt, was man sich anschaut, es wirkt einfach alles unglaublich gut. Die Bilder werden extrem scharf, die Farben werden sehr, sehr schön dargestellt. Es gibt wunderbare, wirklich gute Kontraste. Mir gefällt die Kamera einfach komplett gut. Bei Fotos und auch bei Videos, ihr müsst euch anschauen, was ich damit fabriziert habe. Das ist wirklich unglaublich stark. Wir haben eine 16 Megapixel-Kamera, die, ja ihr kennt das von Samsung, mal wieder ein bisschen raussteht. Das wird wahrscheinlich an der Technik liegen. Wir haben zum Beispiel einen Bildstabilisator, einen optischen Bildstabilisator verbaut. Dann steckt da natürlich so eine Menge Technik hinter, dass das, was da rauskommt, so unglaublich gut wird. Die Kamera auf jeden Fall Nummer 3 der Sachen, die mir sehr, sehr gut gefallen. Der vierte Punkt, das ist wohl der umstrittenste unter all diesen hier, denn es ist TouchWiz. Ich bin schon seit einigen Jahren Fan von TouchWiz. Ja, man kann zur Performance sagen, dass die nicht immer die beste war, aber ich mag einfach, was die Oberfläche alles bietet, wie sie aufgebaut ist. Und ich stecke einfach voll drin, weil ich eben auch schon lange Samsung-Nutzer bin. Das hat mit dem Note 1 angefangen. Ich habe das quasi direkt nach Vorstellung gekauft. Dann bin ich zum Note 3 gewechselt. Jetzt habe ich hier das S6 und ich kann euch nur sagen, das ist eine Ansage. TouchWiz wurde sehr, sehr stark überarbeitet. Man hat das quasi komplett aufgebohrt und sehr viel daran verändert. Es gibt immer noch sehr, sehr viele Funktionen, dazu muss man gar nichts sagen. Die kannte man auch von früher schon, aber alles sieht jetzt deutlich besser aus. Das Design, eine unglaublich gute Sache. Ich glaube, ich werfe hier ein bisschen sehr mit Superlativen umher, so wie Apple das immer bei den Keynotes macht. Aber in diesem Video geht es ja auch um die Top-Features, deswegen darf man das. Seht mir da bitte nach. Es gibt ja auch ein Video mit Sachen, die ich nicht so gern habe. Also meckert nicht. Ja, TouchWiz ist schnell. TouchWiz ist vielfältig. Man kann unglaublich viel einstellen. TouchWiz ist tatsächlich der Punkt, der mir auch sehr gut gefällt am Galaxy S6. Und der nächste Punkt, das ist so ein kleines Zusammenspiel. Und zwar aus dem Fingerabdrucksensor und dem privaten Modus. Klar, der Fingerabdrucksensor wurde nochmal stark überarbeitet. Man muss den Finger jetzt nicht mehr drüber wischen, wie das zum Beispiel beim S5 der Fall war. Sondern es reicht, wenn ihr den Finger auflegt. Und das funktioniert schnell, zuverlässig und in den meisten Fällen wirklich sehr, sehr gut. Wenn ihr nicht unbedingt mit Butterfingern oder irgendwelchen nassen Fingern darauf rumtippt. Die Zuverlässigkeit ist also der eine Punkt. Und der andere Punkt, das ist der private Modus oder Private Mode. Der ermöglicht es euch nämlich, dass ihr Dateien, zum Beispiel Fotos, Videos, Musik oder einfach die eigenen Dateien schützt. Und zwar könnt ihr da auswählen zwischen Pin, Muster oder eben auch dem Fingerabdrucksensor. Und in meinen Augen ist das eine wirklich sehr, sehr gute Sache. Ihr habt da Dateien, die einfach keiner sehen soll. Dann könnt ihr diese mit dem Fingerabdruck schützen. Sehr, sehr starke Sache. Eine andere Sache ist natürlich die Vielfältigkeit. Denn ihr könnt damit nicht einfach nur eure Dateien schützen oder euer komplettes Smartphone. Sondern ihr könnt euch damit auch bei Webseiten anmelden. Ihr könnt damit bei Paypal bezahlen. Und ich denke, die Vielfalt, die ist schon wirklich sehr, sehr gut. Da hat man sich ein paar Gedanken gemacht. Okay. Der vorletzte Punkt, das ist die Schnellladefunktion. Ihr kennt das, Akkus gehen heutzutage viel zu schnell leer. Vor allem, wenn man es richtig intensiv nutzt. Ich bin einer der intensiven Nutzer und auch das S6 geht natürlich irgendwann zur Neige. Und dann gibt es die Momente, dass man spontan oder einfach mal so kurz aus dem Haus muss, auf sein Handy schaut und sieht, okay, ich habe jetzt noch 15 Prozent. Das wird wohl nicht so lange halten. Muss mir aber noch kurz die Füße oder den Kopf oder sowas waschen. Mich noch kurz, weiß ich nicht, mit Lippenstift voll kraxeln oder sowas. Und in der Zeit könnt ihr das Telefon nochmal kurz laden. Das Schöne ist, dass das Galaxy S6 mit Adaptive Fast Charging kommt und auch einem zu passenden Ladegerät. Das bedeutet, wenn ihr noch kurz eine Viertelstunde oder sowas habt, dann könnt ihr da noch ordentlich was an Prozenten draufpumpen. Und dann hält das Handy auch noch einige Stunden. Das gefällt mir gut. Denn wie gesagt, man hat oft diese Momente. Da hat man nur kurze Zeit, um das Smartphone irgendwie zu laden. Und wenn da dann wirklich was bei rumkommt, was gibt es da zu meckern? Und der letzte Punkt, der mir gefällt, das ist Samsung Health, also S Health. Es ist die, ja, ich sage mal Fitness-App. Und da kommt natürlich auch hinten der Hardweight-Sensor zum Einsatz. Was genau kann das gute Stück nun? Der Hardweight-Sensor an sich kann zum Beispiel euren Puls messen, euer Stresslevel messen oder auch eure Sauerstoffsättigung. Aber ihr habt da insgesamt mit dieser S Health-App noch viel mehr Möglichkeiten. Ihr könnt zum Beispiel einstellen, ihr könnt euch bestimmte Ziele setzen und die dann, ja, erreichen. Wenn ihr die erreichen wollt, dann bekommt ihr so eine kleine Motivation durch S Health, weil ihr halt seht, wie viel ihr davon schon erreicht habt. Eure Schritte werden gezählt, ihr könnt euren Schlaf tracken. Ihr könnt immer wieder, ja, durch eine Funktion, euren Wasserhaushalt oder euren Koffeinhaushalt testen, sage ich jetzt mal. Bedeutet, in der App gibt es so einen kleinen, ja, Button. Und wenn ihr da draufklickt, dann habt ihr einmal Wasser oder einmal, ja, Koffein zu euch genommen. Und das bedeutet immer, wenn ihr trinkt, könnt ihr da mal draufklicken. Und dann habt ihr am Ende des Tages auch noch so eine kleine Übersicht über das, was ihr getrunken habt. Mir geht es hier einfach um das Gesamtpaket S Health, weil es nicht nur schön aufgebaut ist, sondern weil es viele sinnvolle Funktionen gibt. Und, ja, was soll ich sagen? Das sind sie. Das sind die Features, die mir beim Samsung Galaxy S6 jetzt nach den ersten paar Tagen sehr, sehr gut gefallen haben. Und, ja, die musste ich euch natürlich erzählen. Jetzt könnt ihr hier noch das Video mit den Sachen anschauen, die mir nicht so gut gefallen. Und dann war's das. Vielen Dank für eure Zeit. Macht's gut. Ciao. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.